Hallo und herzlich willkommen zu Wiesengaudi TV. Wir befinden uns hier gerade im Geferzelt. Es ist der letzte Freitag und ich habe hier eine bildhübsche Dame getroffen, Ariadne, die Ex-Freundin von Lothar Matthäus. Ariadne, wie geht's dir? Mir geht's super gut. Ich bin total glücklich. Du bist total braun. Warst du gerade im Urlaub? Ja, ich war im Urlaub. Siehst sehr gut aus. Das war ein sehr hübsches Cienland. Sag mal Ariadne. Wir haben gehört, dass du mit K1 zusammen bist. Bist du glücklich verliebt? Dazu sage ich nichts, aber ich kann schon mal sagen, ich bin sehr glücklich. Mit K1? Dazu sage ich leider nichts. Dazu sagt sie nichts. Dann wollen wir dich auch gar nicht weiter stören mit dem Thema. Wie läuft's bei dir sonst beruflich? Ganz gut. Ich bin gerade dabei, meine Diplomarbeit fertig zu schreiben und ein paar andere Sachen noch nebenbei zu tun. Mir geht's gut. Ich bin sehr gut gelaunt und glücklich. Warum wir Ariadne in ihrer Feierlaune gar nicht weiter stören und wir sehen uns später.